Zwar waren die Franzosen schon im September 1800 auf der Höhe von Midbach gewesen. Dort fanden im Verlaufe der eigentlichen Schlacht aber keine Kämpfe statt. Am Schlachttag hatten die Franzosen die Anhöhe bei Midbach geräumt. So hatte die zweite österreichische Kolonne unter Feldmarschall Leutnant Bayer freien Zugang dahin. Er verharrte jedoch dort mit seiner Hauptmacht, ohne in die Kämpfe einzugreifen. Midbach wurde deshalb nicht durch die Geschehen bei der Schlacht selbst bekannt, als vielmehr durch seine Bedeutung bei der Landesvermessung Bayerns. Der Leiter des Vermessungsamtes Ebersberg, Hans Baumgartner, beschreibt die ersten Arbeiten. Napoleons Bestreben war es, die beste Karte eines Kriegsschauplatzes zu haben. Deshalb gründete er ein Büro und teilte ihm ausreichend Fachleute zu, um eine topografische Karte von Bayern anfertigen zu lassen. Der französische Ingenieurgeograf Charles Rigoberma Ribbon, der 1801 die Leitung des Büros übernommen hatte, blieb mit einer Reihe anderer französischer Experten in Bayern, auch als die französischen Truppen abzogen. Er unterstützte das am 19. Juni 1801 von Kurfürst Max IV. Josef gegründete Bayerische Topografische Büro. Dieses hatte das Ziel, eine exakte topografische Karte für Bayern zu erstellen. Das Büro war der Vorgänger des heutigen Landesamtes für Vermessung und Geoinformation der Bayerischen Vermessungsverwaltung. Doch wie ging man damals vor? Man überzog Bayern mit einem Dreiecksnetz. Die Dreieckspunkte wurden auf markante Punkte oder Gebäude gelegt, zwischen denen Sichtverbindung über weite Strecken bestand. Die Winkel der Dreiecke wurden mit einem Theodorit genau gemessen. Mit Hilfe einer präzise gemessenen Dreieckseite kann man ein erstes Dreieck vollständig berechnen. Damit erhält man die Seitenlängen für die jeweils angrenzenden Dreiecke. Durch Fortsetzen dieser Berechnung wird das gesamte Vermessungsnetz bestimmt. Der Fachbegriff hierfür ist Triangulation. Und damit kommt Mitbach ins Spiel. Als Eckpunkte des ersten Dreiecks wurden gewählt der nördliche Turm der Münchner Frauenkirche als Nullpunkt der Bayerischen Landesvermessung. Die Turmspitze der Filialkirche St. Urban in Mitbach sowie die Turmspitze der Pfarrkirche St. Johann Baptist in Aufkirchen bei Erding. Um die Entfernungen zwischen den Endpunkten zu bestimmen, muss eine Seite gemessen werden. Die Strecke zwischen München und Aufkirchen im wenig besiedelten und überwiegend ebenen Erdinger Moos gelegen, wurde als geeignetes Gelände für die altbayerische Basislinie ausgewählt. Dabei wurde zwischen Unterführung und Aufkirchen gemessen. Zwei Pyramiden an den Endpunkten zeugen noch heute von den Messungen. Unter Leitung von Bons wurden diese Arbeiten ab 25. August 1801 durchgeführt. Messstäbe waren fünf Meter lange Tannenholzlatten, die hintereinander auf höhenverstellbare Stege gelegt wurden. Die Strecke wurde in der Waagerechten gemessen. Unebenheiten im Gelände wurden dadurch ausgeglichen, dass man die untere Lage lotrecht nach oben legte. Der Fachmann spricht von Senkeln. In nur 42 Arbeitstagen wurden die Messarbeiten abgeschlossen und die Basis ergab eine Länge von 21.653 Metern und 80 Zentimetern. Wie genau diese Messungen waren, zeigten Nachmessungen mit dem GPS-System. Eine Abweichung von 70 Zentimetern wurde dadurch deutlich. Kennt man die Länge der Basislinie, so lassen sich die anderen Seiten des Netzes errechnen. Dazu muss man neben einer Seite die Winkel im Dreieck ermitteln. Mit den hochpräzisen Theodoliten aus der Werkstatt des Georg von Reichenbach wurden diese Dreieckswinkel gemessen. Von Mittbach aus wurde auch das Dreieck der Ersten Ordnung zwischen München, dem Wendelstein und Mittbach ausgemessen. Die Seitenlängen betragen dabei zwischen 34 und 58 Kilometer. Dazu hat man sich in der Kirchturmkuppel bequem eingerichtet. Es schreibt der Obergeometer Waltenberger. Man hat sich zu Mittbach unmittelbar unter der Kuppel aufgestellt und vom Dache vier Öffnungen von ungefähr vier Fuß Breite und einen Fuß Höhe anbringen lassen. Das Instrument ruhte auf einem starken Stücke Zimmerwerk. Die Füße der Beobachter auf dem unteren Boden, sodass diese Station eine der bequemsten ist, die je zu finden ist. In der Folge wurde Bayern mit einem anfangs noch groben Netz von Dreiecken überzogen. Doch schon bald folgte ein engmaschigeres Sekundärnetz. Dabei wurden auch einzelne Gebiete erfasst. Die Messergebnisse mussten in maßstabsgetreue Karten umgesetzt und vervielfältigt werden. Dazu nutzte man bis Ende des 18. Jahrhunderts ausschließlich das Kupferdruckverfahren. Nachteilig war der hohe Preis des Metalls und vor allem die Probleme bei nachträglichen Veränderungen. Diese waren jedoch bei Grundstücken an der Tagesordnung. Deshalb war es ein Glücksfall, dass Alois Senifelder 1796 das Steindruckverfahren erfand. Er wurde daraufhin als königlicher Inspektor bei der Lithographischen Anstalt der Steuerkatasterkommission angestellt. Mit seinem Verfahren der Lithographie, welches bis 1960 im Einsatz war, entstand eine ganze Steinbibliothek von über 26.000 gravierten Sollenhofener Kalksteinplatten. Darauf sind die Katasterkarten Bayerns und auch Mitbachs dargestellt. Dann hat man dieẫmige Veränderungen auf dem 들어가s Fall von 10. Jahrhundert. Jetzt bin ich die Katastruktur in der Hölle auf dem veränderten K。 Todd Herzliches an. Von Martin Janik auf dem! Sie sind die Katastrophäde! Die Katastrophäde tippen! Sie sind die Katastrophäde. Sie sind die Katastrophäde über die Katastrophäde! Das ist die Katastrophäde!